Baddha-Hastasetu-Bandhasana ist die Schulterbrücke mit gefalteten Händen bzw. verschränkten Ellbogen. Von der Rückenlage ausgehend beuge die Knie, gib die Fußsohlen auf den Boden, hebe das Becken hoch und falte die Hände. Das ist eine Variation. Baddha-Hastasetu-Bandhasana heißt, du gibst die Arme nach oben und faltest die Hände so nach oben. Dann gibt es noch Baddha-Hastarit-Chakra-Setu-Bandhasana, du verschränkst die Ellbogen mit den Händen und hältst die Arme oberhalb des Herzens. Du kannst dabei sogar die Unterarme auf den Brustkorb legen. Und es gibt auch noch das Ganze, indem du die Ellbogen hinter den Kopf gibst. Alles Variationen von Baddha-Hastasetu-Bandhasana. Baddha-Hastasetu-Bandhasana. Baddha-Hastas�«Bandhasana.